Trotz der innovativen Features werden Sie vieles an der neuen Platte wiedererkennen. Der bewährte Führungsbügel für einfaches Handling, der integrierte Radsatz für einzigartigen Transportkomfort auf der Baustelle, die automatische Deichselarretierung. Wir haben auf der Obermasse keinen Motor mehr. Und ohne Motor werden die Handarm-Vibrationen zusätzlich reduziert. Und das werden Sie im Vergleich zu herkömmlichen Platten sofort spüren. Durch den Wegfall des Verbrennungsmotors konnte die Maschine deutlich niedriger gestaltet werden. Diese Kompaktheit bedeutet noch besseres Handling und eine erhöhte Flexibilität im Grabeneinsatz.